so jetzt mal gucken wo darauf freue mich heute auf jeden fall am meisten auch wenn jetzt die wenigsten leute noch da sind aber ist ja wurscht schon mitten in der nacht packen jetzt mal die xherjoff box hier aus so normal für die die vielleicht vorhin nicht dabei waren also das habe ich mir habt ihr bei instagram gesehen das habe ich mir gegönnt hier nicht mal die musik bisschen leiser hier so das habe ich mir gegönnt einmal von xherjoff aschento die packung ist einfach schon richtig richtig nice und der mass echt richtig schön verpackt alter guck dir das an bruder also dass allein dieser anblick der war schon einfach sein geld wert so das ist natürlich extrem teuer die kacke aber sind auch natürlich hochwertige klamotten drin und das war ein blindkauf leute ich hatte richtig glück dass mir das gut gefallen hat deswegen habe ich jetzt hier auch so eine schöne box bekommen von xherjoff direkt aus italien und da sind ein paar schnuppern proben drin und die gucken uns heute man hier jetzt gucken wir mal was da so drin ist wie das riecht und wir werden uns nebenbei mal anschauen was der spaß kosten würde weil ich bräuchte auf jeden fall irgendwann noch mal das eine oder andere neue perfümer und wir gucken uns das nebenbei ich habe jetzt hier mal so ein store aufgemacht ich weiß nicht ob ihr kennt wir gucken uns erstmal bei markt gebeuren weil er hat hier natürlich auch sehr job im angebot auch immer geile preise eigentlich auch parallel falls er das parfüm nicht haben sollte können wir ja hier bei xherjoff direkt gucken können wir mal sehen was kostet und was ist drin ich werde auch mal versuchen ob ich raus erraten kann was drin ist ich werde natürlich jetzt nicht vorher aufmachen ist klar wir machen die seite jetzt hier gleich wieder zu so das ist ein ein probier karton hier ja steht irgendwas auf englisch drauf englisch kann ich nicht also wurscht also die sachen die da drin sind habe ich mir selber zusammengestellt das sind jetzt so ein paar sachen die mich interessiert haben von der beschreibung erst mal gucken wir mal hier vier stück sind da drin natürlich hier alles unbezahlte werbung ist klar das ist der erste karton gucken da kann man schon so ein paar sorten sehen wir machen erstmal den anderen karton noch eben auf ich habe ja so ein bisschen die hoffnung wenn ich im urlaub fliege dass die im duty free shop eventuell xherjoff da am start haben das wäre richtig geil da könnte man noch fett cash sparen weil das ist schon extrem teuer ich weiß nicht ob das bei instagram gesehen habt aber die flasche welche gerade gezeigt habe die hat mal eben 300 euro gekostet und das auch noch mal auf vier ich weiß selber schon gar nicht mehr ganz genau was da noch mal drin war für sorten das ist das mv augusta glaube ich und der rest ist alles golden golden green golden dollar und golden mocha das war also das hier ist von dieser die sonne special edition von dieser motorrad marke hier ne kennt ihr mv augusta und hier die drei wo überall golden draufsteht das sind alles drei kaffeesorten aber immer jeweils mit was anderes gemixt das heißt eine zutat bräuch nicht groß rumraten ist sowieso kaffee drin wir fangen damit an dass ich mal gucke ob ich die richtigen kaffee hier habe zum neutralisieren schon fertig gemahlen ja das gut wir fangen mit der voll kollektion an so packen wir mal der erste raus hier erste ist amabile ach so guck mal an der seite sind die auch alle noch mal so farbig hier ne wenn man das sehen können weil die ganzen flaschen werdet ihr auch gleich sehen die haben auch eine eine farbe weißt du was mir da auffällt ich weiß wo soll ich das überhaupt drauf sprühen digga ich kann das jetzt nicht auf mich sprühen dann bin ich ja gleich voll oder ist hier was drin oder ist gar nichts drin der junge da haben die aber nicht richtig mit gedacht hier ne wie soll ich denn das jetzt machen okay dann müssen wir uns selber was basteln so oft professionell junge blatt papier so wie viel proben habe ich für acht stück habe ich okay bei papier einmal achteln ja ist nicht das beste so was willst du machen so also amabile das ist übrigens die flasche hier was meint ihr wie oft kann man sich damit einparfümieren ich habe das gefühl das regnet das hält nur für einmal alter kommt erstmal gar nichts raus cool jetzt jetzt so auch so ein dna vier blattiger jeder jeder der sich war so barfüms gekauft hat der köpft mich jetzt einfach aber egal was soll ich machen das riecht schon mal extrem frisch also das ist auf jeden fall was für den sommer das schon mal klar wo was könnte da drin sein alter ich habe kein also wie ist auf jeden fall irgendwas mit mit zitrus oder zitrone zitrusfrüchte oder zitrone ist auf jeden fall drin ich habe eigentlich habe ich einen guten zinken aber im parfüm ist ja manchmal so richtig viel drin da kommt man gar nicht drauf vielleicht sowas wie grapefruit noch und bergamot keine ahnung aber das gefällt mir auf jeden fall schon mal richtig gut könnte man auch als frau tragen ich würde es als mann auf jeden fall auch tragen aber okay ich weiß ich komme nicht drauf ich habe keine ahnung was noch drin ist wir müssen nachgucken da amabile so kopfnote apfel digger auch ja da hätte ich auch selber drauf kommen können ja okay da musst du noch ein bisschen üben so dann rosa pfeffer blüten gewürze irgendwelche gewürze rosa also pfeffer rieche überhaupt nicht raus noch exotische hölzer vanille moschus 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 so schon mal gut wenn ihr eine perle habt oder ihr wollt eine perle haben das ist sehr vorteil hat wenn ihr moschus im parfüm drin habt das kostet bei marke bauer 265 das geht auf jeden fall klar wir machen schulnoten ich schreibe das hier drauf schulnote würde ich ihm geben für den sommer eigentlich schon 1 aber wir können ja nicht direkt mit 1 anfangen wir machen mal 2 plus schulnote 2 plus passt nicht mehr reiniger er hat keinen bock mehr nächste ist hier soprano hat mich auch richtig interessiert weil einfach die flasche schon so eine geile farbe hatte soprano also ich brauche ich kann mir jetzt schon mal den kaffee gönnen hier weil ich habe meine nasen ist jetzt schon voll damit also echte boden werden irgendwie geiler als sowas hier oh ja okay alles klar das kommt mir bekannt vor von irgend das habe ich mal bei irgendeiner sowas ähnliches nicht das gleiche aber sowas ähnliches habe ich mal bei irgendeiner älteren dame gerochen also da würde ich jetzt sagen da ist ein bisschen orange drin vielleicht sowas vanilliges ich keine ahnung ich kann das gar nicht das kann man gar nicht raus identifizieren das riecht einfach so wie so eine wie so eine ältere dame digger das auf jeden fall nichts für mich ist was für dich lennart vielleicht gar keine ahnung überhaupt nicht kannst du nicht raus riechen wird direkt mal gucken oh mark hat's nicht okay dann müssen wir hier bei xerjoff universe gucken 255 euro 100 milliliter ist noch mal ein tic günstiger als gerade hier ist drin litchi fruity akkord also irgendwas irgendwelche fruchtigen noten noch milky milchige noten oder was osmantus ist eine deutsche übersetzung wäre schon geil keine ahnung was das ist und agar also irgendwas mit holz ne litchi okay ich hatte jetzt orange gesagt knapp dran vorbei auf jeden fall fruchtige noten also das ist auf jeden fall nichts für mich auf jeden fall irgendwas für ältere würde ich sagen schulnoten mäßig es ist ganz gut aber ist nichts für mich für meine älter sagen wir mal drei minus der stift schreibt schon jetzt nicht mehr alter beste leben der kaffee der stand aber auch schon jetzt irgendwie 20 jahre in dem schrank glaube ich riecht fast schon so ein bisschen schimmelig nächste also davon verspreche ich mir auf jeden fall viel von erba pura weil da habe ich gelesen das soll auch schon so richtig sommerlich sein bisschen fruchtig oder so aber ich habe echt gedacht das wäre einfacher da was raus zu riechen ohne scheiße jetzt ich habe eigentlich voll die gute nase aber nicht wenn da zehn millionen sachen drin sind die ich auch noch nie gehört habe oha ok ja doch der anfang war aber richtig der anfang war auf jeden fall holzig also kopfnote muss irgendwas mit holz sein oder ich bin doof keine ahnung ich glaube meine nase kaputt du kannst es nicht errichten ich würde jetzt auch wieder sowas wie orange mäßig sagen vielleicht eine zitrone aber es ist so es ist irgendeine ganz komische note die ganz weit vorne ist sie irgendwie sowas von so holz mäßig drauf hat keine ahnung ich habe keine ahnung wir müssen gucken keine ahnung erba pura das hat er glaube ich auf jeden fall hier irgendwo ich habe gesehen vorhin er ist mich geschehen moschus ist da drin ich überhaupt nicht raus orange ich habe orange gesagt einfach der gott vanille habe ich auch gesagt oder zitrische noten amber oder amber bergamotte ist auch drin okay und noch mal fruchtige noten was ist denn das was so komisch riecht das könnte dieses ember sein vielleicht wisst ihr was ember ist ember ist so wahlkot wenn so ein wahl so ein darm verschluss hat das was den darm verschluss verursacht das ist dieses ember ganz eklige sache eigentlich ich glaube das sind so weil so ein wahl der frisst ja auch ewig so alles mögliche was da rumschwimmt ist dem ja eigentlich scheißegal der macht ja nur seinen mauleimer auf und wenn der irgendwie so tinten fisch oder sowas rein kriegt alles was so ein schnabel hat oder so knorpel mäßig so schnabel knochen sowas das wird alles in dem magen zu einer pampe gemacht so diese ganzen schneebel knorren und so ein scheiß und dass diese pampe die wird zu so einem ball und irgendwann wirkt er den aus oder stirbt und das bleibt halt übrig das ist ember eigentlich übelst eklig ne wir geben dem eine zwei minus das ist schon echt gut für den sommer übelst geil kostet kostet nur 225 das billigste heute glaube ich nur ja nicht ja du weißt was ich meine in dem preissegment hier vor allem von der marke wirst du glaube ich echt nix finden was günstiger ist ich glaube wir haben auch einen über 400 euro parfüm hier ich glaube uden kostet 400 oder so als nächstes haben sogar schon das hier uden das ist glaube ich wenn mich nicht alles täuscht ich bin mir nicht 100 prozent sicher ich glaube das ist das hat auch keine farbe ich glaube das ist nicht aus der v-kollektion sondern aus einer star weißt da fällt mir der name nicht ein bisschen nicht mal gucken irgendwas mit star kollektion glaube ich da bin ich gespannt also wenn man nicht wenn ich hier schon das doppelte zahlgefühl dann muss das schon was können zetrische früchte oder direkt zitrone auf jeden fall zitrus orange safe da sind auch mehr fruchtige sachen drin also das ist ja richtig das ist eine frucht der es ist so eine fruchte explosion der das fakt mich ja jetzt schon wieder richtig ab weil ich genau weiß dass das hier richtig teuer sein wird wieder alter ist das geil oha bohr junge ja oh mein gott ja ich sag sie ganz ehrlich das ist eines der besten verfümmen perfüms die ich jemals gerochen habe ohne schein jemals wirklich das ist der burner junge oha das kannst du auch im sommer gut nehmen das kannst du für den alltag gut nehmen winter mäßig vielleicht sogar jetzt will ich will jetzt mal wissen was da drin ist das riecht heftig alter okay gucken mal okay guck mal hier da shooting stars guck mal habe ich doch gewusst shooting stars jetzt denkt ihr so okay das kostet ja nur 240 euro das ist ja es geht es ja sogar billiger als das von als die meisten die wir gerade hatten jetzt pass auf da sind nur 50 ml drin leute 50 nicht 100 wie bis jetzt bis jetzt war immer 100 drin hier sind 50 milliliter drin also wenn du 100 milliliter haben willst dann bist du bei aua 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 da bist du bei der ich kann das nicht aussprechen hatte naja ich will es gar nicht wissen okay was ist drin zitrusfrüchte und zitrone junge das habe ich genau so gesagt zitrusfrüchte und sogar zitrone direkt perfekt aber keine orange ich dachte es wäre eine orange ne was ist hier jarakholz rum da ist rum drin rose sandelholz und da ist einfach zweimal holz drin es riecht wie eine fruchtbombe bernstein so erhör doch auf sagt doch nicht den preis doch extra ich will es nicht wissen was das kostet man auch ab also ganz ehrlich wenn ich das lese dann würde ich denken ja gut zitrusfrüchte könnte geil sein aber irgendwas hier jarakholz rum rose noch ein anderes holz bernstein vanille das riecht wahrscheinlich die scheiße das war das war ja wieder klar dass mir irgendwas gefällt richtig gut gefällt was so teuer ist ne ich habe gehört paar leute müssen noch mal rein zappen heute wenn ich mir das neue parfüm irgendwann 20 30 leisten kann okay cool wir haben den ersten karton durch war scheiße wir haben keine wir müssen noch eine note ach ja eine schulnote drauf schreiben ja okay was willst du hier das ist eine 1 plus digga das ist safe 1 plus jetzt wird es auf jeden fall ein bisschen spezieller weil das hier das könnte richtig scheiße auch sein ich bin gespannt das könnte entweder ein richtiges brett sein für die männer oder ein absoluter reinfall mv augusta motorrad rennsport also da habe ich natürlich schon gehört ich glaube ich habe ein video sogar von mark gebauer gesehen wo er ich glaube er war ich weiß oder oder jemand anders weiß ich mehr genau auf jeden fall hat jemand gesagt soll riechen wie wie abgebrannte reifen und so ein bisschen wie auf rennstrecke so mäßig und leder auf jeden fall also safe 100% männer parfüm oha ok krass das gefällt mir auch das riecht nicht so wie erwartet da ist auf jeden fall ich werde mich jetzt blamieren aber da ist doch safe eine rose drin dass ich habe gerade voll so ägypten flashbacks irgendwie richtig voll orientalisch man und man riecht finde ich richtig so eine ledernote raus ok gucken was drin ist ich weiß auch dabei ist ja überhaupt nicht wie teuer das ist ne das ist das riecht geil sehr speziell aber sehr cool irgendwie ok da können wir jetzt nicht bei mark gebauer gucken weil da weiß ich schon das gibt es hier nur online exklusiv bei xerjoff da ist auch geil die flasche leute guckt euch mal die flasche an die ist einfach so aus carbon richtig geil man das da siehst du auch schon dass es ein männer parfüm ist ne ganz klar was ist da jetzt ist drin bergamot als erstes lobs was ist denn klobs melke ok ja ich sag ja irgendwie sowas so garten mäßig ne lang lang Ist insens jetzt auch was eigenes weil da ist ein kommer dazwischen Inzenze oder was wie schreibt man das weihrauch oh mein gott ja ja Ich schwöre dir dass das weihrauch deswegen erinnert mich das so an ägypten alter deswegen komme ich auch auf dieses orientalische ne Und am ende haben wir jetzt nicht gelesen leder Ja das wusste ich schon das riecht man aber auch raus finde ich mask und patchouli Was war noch mal mask moschus ja so und das andere war und was ist noch mal patchouli patchouli heißt auf deutsch patchouli ja cool vielen dank dafür dem gebe ich äh ne zwei warum ne zwei weil das kannst du glaube ich auch nicht jeden tag drauf machen sehr geil was kostet der spaß überhaupt ja so ungefähr standard preis 275 Oh ne doch nicht ach du scheiße das sind ja auch nur ich dachte sind 100 ml drin Nein okay scheiße Ey das rechnen wir jetzt aber nicht mal zwei ich will das nicht wissen okay schnell weiter Schnell weiter die letzten drei stück sind alles kaffeesorten okay also ich sehe auf jeden fall schon Ganz viele rote zahlen auf meinem bankkonto irgendwann das ist auf jeden fall schon mal klar also fangen an mit golden green bin ich gespannt Also kaffee im parfüm das kann ich mir überhaupt nicht vorstellen Überhaupt nicht Okay ich kann es mir doch vorstellen der ist ja voll geil Boah das habe ich jetzt auch nicht erwartet ne Boah ich habe mir eine coole ich habe mir echt eine coole auswahl zusammengestellt alter ohne scheiß ist echt gut Aber ich habe keine ahnung was da drin ist es riecht auf jeden fall würzig irgendwelche gewürze werden da drin sein safe Irgendwas ganz leicht zitronen mäßiges oder Fruchtiges Kaffee muss ich ehrlich sagen kommt gerade gar nicht so raus ich glaube der ist so ganz ganz dezent im hintergrund noch ist eher so Herznote oder basisnote kopfnote pinker pfeffer cardamom weti wetiver was das noch mal die tiefe cool wir lernen hier einfach voll okay auf deutsch auch Betriebe ja es ist eigentlich ja das ist hier Ja das ist einfach einfach ein gras und am ende guck hier basisnote kaffee Das war klar weil es kommt nur ganz dezent und das dauert auch ein bisschen bis das kommt also okay ich würde eben auf jeden fall Eine 3 geben ja 3 3 plus wir machen eine 3 plus das ist schon echt ein geiler duft aber ich kann mir den irgendwie an mir jetzt nicht vorstellen so weiß nicht Nächster ist golden dollar Ui oh das ist cool das ist das ist das ist das ist ganz anderes liga ich dachte die riechen alle so ähnlich das komplett anders Was kommt denn hier noch du ich ey alter falter was ist denn da drinnen ey da ist irgendwas drin was noch nicht hier mit dabei gewesen ist glaube ich Orange irgendwas leicht fruchtiges keine ahnung wir müssen gucken ich weiß es nicht ehrlich nicht das ist echt sehr schwer Fresh exotic spices kaffeenote ist auch herznote kommt auch besser durch finde ich ja tonka hyper Essenz tonka bohnen nie gehört also ich werde auf jeden fall Das wird mich so an marokko erinnern irgendwie finde ich ich war zwar noch nie in marokko aber so wenn ich mir vorstelle wie auch Marokko riechen würde dann so Ich glaube das würde ich mir vielleicht sogar mal Was kosten das überhaupt wir gar nicht geguckt was kostet der spaß hier das hoffe ich das würde ich mir nicht kaufen das wird so teuer Dafür ist das nicht nicht krass genug 50 milliliter 240 euro also das packen wir mal wieder weg eine note geben wir dem was haben wir dem gerade gegeben gerade war eine 3 plus wir müssen es ändern Ich muss bei dem anderen die plus weg machen weil das ist die 3 plus das von gerade war eine 3 Das hier ist jetzt eine 3 plus das würde ich mir mal könnte man sich mal gönnen so zwischendurch aber nicht für den preis Das würde ich viel zu selten tragen das wäre viel zu schade okay das allerletzte heute Golden mocha oder mocha vielleicht ist hat er jetzt der kaffee brüller also es gibt auch nur drei kaffeesorten von denen und das sind die drei die Ich hier habe Das ist der beste der gefällt mir am besten da ist auch viel fruchtiges dabei glaube ich aber jetzt wieder die frage was habe ich bei dem gerade auch Erst am anfang gedacht aber da war dann auch nichts fruchtiges da drin das riecht aber wirklich so orange oder grapefruit mäßig ich würde sagen kaffee ist auch wieder in der herznote Auf jeden fall weiter hinten vielleicht sogar basis note aber es ist irgendwas fruchtiges am start Mal gucken hier auch wieder so teuer leider weiß was irgendwas zitroniges könnte auch noch drin sein Vielleicht vielleicht zwei früchte italien zitrus zitrone kaffee herznote Haha guck mal wie gut ich bin jungen green accord grüne pflanzen noten oder was auf jeden fall Zitrone war richtig aber da ist keine grapefruit drin das gefällt mir gut nicht das beste von heute aber ich finde das ist für mich das beste von der Golden kollektion wir geben dem zwei minus aber auch richtig erfrischen aber das hat ein bisschen weil die zitrone ist so stark das hat ein bisschen was Jetzt hättest du dich so mit klostein eingerieben so weißt du auf toilette so hast kein parfüm dabei ich denke es wie eine sau Komm nimmst du klostein so richtig wie ein klostein aber das erinnert so leicht daran weil aber man merkt auf jeden fall dass es sehr Natürliche zitrone ist sehr cool also das auf jeden fall zwei minus also es war wirklich kein einziger duft dabei wo ich sage so Wenn mir das einer schenken würde ich würde es einfach wegschmeißen das finde ich krass das hätte ich nicht gedacht Ich hätte gedacht hier sind einige dabei wo ich denken würde bruder hau ab mit der scheiße Einerseits ganz cool andererseits schlecht für den geldbeutel Scheiße ja ist natürlich schade dass ihr das nicht mitriegen könnt es gibt noch keinen geruchs twitch das wäre natürlich richtig geil Also ich habe zwei richtig geile sachen hier amabile das hatten wir als erstes das war diese grüne flasche aber ich sage es euch mein absoluter Favorite das finde ich gerade richtig scheiße man weil der ist so teuer war einfach Uden das ist das geilste von heute ohne scheiß dass das ist mein ding länger das sind genau so ein ding Alter das würde ich jeden tag benutzen das ist voll geil mann also ich sag mal so Der raum riecht jetzt hier richtig geil ja richtig gut jetzt könnt ihr alle vorbeikommen jetzt riecht es hier wieder gut Kleine duftprobe mal was ganz anderes ich hätte es auch alleine machen können aber ich dachte so wenn ich jetzt heute e-stream Naja ich hoffe es hat euch trotzdem gefallen so leute macht's gut gute nacht Haut rein danke für euren fetten support noch heute ich bin das jetzt nicht mehr ein weil es ist sowieso keiner mehr da Gute nacht ja haut rein